Musik Bereits bis zu 12.000 Flüchtlinge aus der Türkei, welche dort aufhältig sind, bewegen sich wöchentlich auf der Balkanroute. Dazu kommen weitere Flüchtlingsströme. 900 aus Griechenland und 500 aus Bosnien auf der Südroute. Erklärte Burgenlands Landeshauptmann, Stellvertreter und Sicherheitslandesrat Johann Tschürz im Zuge einer Pressekonferenz in Eisenstadt. So, ich möchte Sie zur Pressekonferenz begrüßen. Sehr geehrter Herr Klubobmann, die heutige Pressekonferenz ist deshalb aus meiner Sicht sehr wichtig, weil es natürlich derzeit wieder eine enorme Bewegung an der Balkanroute gibt. Diese Bewegung ist erkennbar und der Wochenfluss wird immer mehr und mehr. Also der Wochenfluss durch die Balkanroute wird immer mehr. Bereits bis zu 12.000 Flüchtlinge aus der Türkei, welche dort aufhältig sind, bewegen sich wöchentlich auf der Balkanroute. Das heißt, diese Balkanroute ist nicht geschlossen, sondern die Balkanroute wird jetzt so richtig aktiv. Und 900 aus Griechenland und 500 aus Bosnien sind derzeit so im Wochenfluss auf der Südroute unten unterwegs, die sich aber dann natürlich auch mündet. Und das Burgenland ist natürlich besonders betroffen. Wenn man die Vergleichszahlen jetzt hernimmt zum ersten Halbjahr, 2018 kamen insgesamt 906 Flüchtlinge im Burgenland an und 2019 waren es bereits im ersten Halbjahr 538. Das heißt, es wird wahrscheinlich heuer wieder das Doppelte sein. Also jetzt sind angehend schon so viel im ersten Halbjahr wie 2018 das ganze Jahr. Und vor allem der Wochendurchfluss erhöht sich ständig und ständig. 80% davon kommen in Nordburgenland an, 24% im Mittelburgenland und 16% im Südburgenland. Und bemerkenswerter ist auch, dass immer mehr Flüchtlinge, welche nach Bosnien durchgekommen sind, jetzt hat es über 30.000, wollen weiter nach Österreich. Österreicher ist das beliebteste Zielland. Und was natürlich auch bemerkenswert ist, dass 90% Jungmänner zwischen 20 und 25 Jahren sind und auch noch jünger. Dramatisch ist natürlich, dass es bereits 681 Todesopfer, also 2019 im Mittelmeer gegeben hat. Daher ist aus meiner Sicht die Asylpolitiker wirklich schärfstens zu verurteilen. Es müsste klar zum Ausdruck gebracht werden, dass zukünftig alles für die Rettung getan wird und alle Flüchtlinge wieder zurückgebracht werden. Das heißt, es hat deshalb einen Sinn, weil dadurch natürlich die Schlepperkriminalität massiv bekämpft werden könnte. Das heißt, zurück in das Heimatland. Dort im Heimatland können sie einen Asylantrag stellen. Ich glaube, das ist das Wichtigste überhaupt. Denn wenn es bis dato 681 Todesopfer gegeben hat, dann muss man klar festlegen, dass alle, die gerettet werden, wieder in ihr Heimatland zurückgebracht werden, wo sie dort die Möglichkeit haben, einen entsprechenden Asylantrag zu stellen. Und wenn das die EU sozusagen in der nächsten Zeit nicht zustande bringt, dann glaube ich, wird das immer dramatischer werden. Die Schlepperkriminalität muss bekämpft werden. Wenn wir uns ganz ehrlich sind, sind das in Wahrheit Mörder auf Raten. Nicht nur diese LKW im Burgenland, sondern wenn man diese vielen Todesopfer hier sieht, dann ist das wirklich, wirklich haaresträubend. Ja, noch mehr ernst und kritisch wäre die Asylanerkennung von Klimaflüchtlingen. Denn die Genfer Flüchtlingskonvention hat diese Klimaflüchtlinge noch nicht anerkannt. Aber wenn es hier zur Anerkennung kommt, weil der Klimawandel derzeit im großen Gespräch ist, dann hätte das natürlich folgenschwere Auswirkungen. Es würde die Flüchtlingswelle massiver sich wieder bewegen. Daher darf es keine Anerkennung von Klimaflüchtlingen geben. Das wäre fatal. Wichtig ist, dass man vor Ort hilft. Es ist wichtiger denn je. Und vor Ort zu helfen kann man sehr, sehr gut. Mit Wasseraufbereitungsanlagen, mit Lebensmittelanbauhilfen, mit ärztlicher Versorgung oder auch mit Unterstützung beim Eigenheimbau. Das heißt, Vororthilfe ist wichtig. Den Klimaschutz heranzuziehen, um hier eine Anerkennung von Asyl zu gewähren, wäre wirklich fatal. Denn Faktum ist natürlich, wenn man das mit Zahlen vergleicht, wenn man hier ein Fußballstadion hat, wo 20.000 Personen einpassen, wird es ein Problem geben, wenn ich 40.000 in dieses Stadion bringen möchte. Denn dann werden die 20.000 genauso gefährdet sein wie die anderen 20.000. Das heißt, die Vorortregelung ist massiv wichtig. Daher muss es aus österreichischer Sicht ein klares Nein geben. Die Tendenzen sprechen dafür. Aber wie gesagt, diesen Klimawandel dazu hernehmen, ist aus meiner Sicht völlig falsch. Einen Klimawandel hat es immer schon gegeben. Und jetzt sofort hier die Asylanerkennung zu gewährleisten, wäre wirklich fatal. Denn wenn es auch einen Klimawandel gibt, dann wird es den geben. Ob das in 300 Jahren ist oder 400 Jahren oder 500 Jahren, es hat auch schon eine Eiszeit gegeben. Und der Klimawandel an und für sich selbst ist nicht zu stoppen. Auch wenn man hier diese Klimaflüchtliche als Asyl anerkennt, es würde eines passieren, dass Millionen über Millionen über Millionen sofort nach Europa kommen würden. Das heißt, unter dem Deckmantel des Klimawandels darf es keine unaufhörliche Flüchtlingswelle geben. Und daher fordern wir Freiheitlichen, und das empfehle ich auch, im Hinblick auf eine mögliche Regierungsbeteiligung, dass es ohne einen freiheitlichen Innenminister keine Regierungsbeteiligung geben darf. Und dass es keine Asylanerkennung für klimaflüchtige Flüchtlinge geben darf. Wir wissen alle, dass sofort, nachdem der Innenminister sozusagen aus irgendeinem Grund auch immer entlassen wurde, niemand kann diesen Grund auch sagen, niemand hat irgendwelche Gründe, um diesen Grund zu begründen, dass diese Ausreisezentren wieder umbenannt wurden, der Medienlass, wo die Transparenz des Herkunftslandes, der Deltas auch sichtbar gemacht worden wäre, ist zurückgenommen worden. Und die Handiauswertung und so weiter und so fort. Das heißt, hier, glaube ich, ist es besonders wichtig, dass man auch natürlich hier glasklar sagt, dass das Innenministerium in freiheitlicher Hand dafür gesorgt hat, dass Österreich viel sicherer ist. Und wenn Van der Bellen gestern gesagt hat, in der ZIB 2, dass Herr Bekikl als Innenminister nicht angeloben würde, dann sage ich nur, das ist massiv, unpassend und taktlos vom Herrn Bundespräsidenten, ohne einen Grund zu nennen, was Herbert Bekikl falsch gemacht hat. Das ist definitiv unpassend und taktlos. Bitte, Herr Klubobmann. Vielen Dank, Herr Landeshauptmann, Stellvertreter, meine Damen und Herren. All jene, die geglaubt haben, dass das Jahr 2015 und die Entwicklungen, die wir damals erlebt haben, wären ein heilsamer Schock gewesen, werden derzeit eines Besseren belehrt. Wir erleben aktuell Diskussionen und politische Ansätze, von denen wir eigentlich gemeint haben, dass wir sie überwunden hätten. Im Jahr 2015 hat jemand gesagt, wir schaffen das und hat damit eine riesengroße Migrationswelle ausgelöst, weil man diese Ansage in weiten Teilen der Welt als Einladung verstanden hat. Wenn man jetzt angesichts der Entwicklungen im Mittelmeer und auf der Balkanrote vollkommen unpassend von Seenotrettung spricht und schon wieder über die Verteilung von illegalen Migranten über halb Europa diskutiert, dann ist das nichts anderes. Auch das wird man als Einladung auffassen. Wenn jemand wenige Kilometer vor der afrikanischen Küste von einem Schlauchboot geholt wird, um ihn hunderte Kilometer nach Europa zu bringen, und dann ist das keine Rettung, dann ist das Schlepperei. Wenn man dann auch noch europäische Staaten in der Pflicht sieht, diese illegalen Migranten aufzunehmen, dann kann man nur festhalten, dass da die rechtliche Lage vollkommen verkannt wird und es ist ja im wahrsten Sinne des Wortes pervers, wie da derzeit argumentiert wird und was da derzeit behauptet wird. Auch ich selbst habe das zwischendurch wahrscheinlich etwas naiv nicht mehr für notwendig gehalten, aber ich glaube, man muss wieder einmal an die elementaren rechtlichen Grundsätze erinnern. Der Herr Landeshauptmann, Stellvertreter hat es gesagt, Asyl ist Schutz vor individueller Verfolgung auf Zeit, vor Verfolgung aufgrund der Rasse, der politischen oder auch der religiösen Überzeugung. Wirtschaftliche Not ist kein Asylgrund, Klimawandel ist kein Asylgrund oder auch Krieg ist kein Asylgrund. Ganz wesentlich ist, dass jemand, der individuell verfolgt wird oder eine derartige Verfolgung behauptet, rechtlich verpflichtet ist, den nächsten sicheren Staat anzusteuern, um sich dann dort unverzüglich den Behörden zu stellen. Das heißt, unterm Strich, Europa ist für Afrikaner oder auch Asiaten nicht zuständig und Österreich schon gar nicht. Asyl ist kein Recht auf Einwanderung und die Flüchtlingskonvention wurde auch nicht geschaffen, um globale Wanderungsbewegungen zu organisieren oder auch nur zu ermöglichen. Die Zahl der Migranten ist seit dem Jahr 2015 deutlich gesunken. Sie kennen die Zahlen und das hat gute Gründe. Ein wesentlicher Grund ist sicherlich der, dass man seit 2015 das, was Recht ist, auch entsprechend vollzogen hat und dass man in der Vorgehensweise schon gelernt hatte, muss man ja sagen, aus dem Jahr 2015 und der großen Bewegung damals. Nicht zuletzt Österreich hat vor allem nach dem Regierungseintritt der FPÖ im Jahr 2017, 2018 ganz klar signalisiert, dass die Zeiten des Asyl à la carte vorbei sind. Innenminister Herbert Kickl hat es alleine vom Jahr 2017 auf das Jahr 2018 geschafft, die Zahl der Asylanträge deutlich zu senken, ebenso die Zahl der positiven Asylbescheide und umgekehrt die negativen Entscheidungen, genauso wie die Zahl der Abschiebungen deutlich zu erhöhen. Das wurde in den Herkunftsländern wahrgenommen und das ist ja auch ein Grund dafür, dass die Zahlen zwischenzeitlich zurückgegangen sind. Jetzt besteht die Gefahr im Gegenteil. Die Toleranz für die Schlepperei im Mittelmeer oder auch die Diskussionen über die Verteilung von Migranten in Europa kommen, neuerlich einer Einladung gleich. Und wenn Sie jetzt vielleicht fragen, was das alles mit den Burgenland zu tun hat, sehr viel. Wer einmal den Boden der Europäischen Union betreten hat, der darf sich dann in weiterer Folge recht bald frei auf EU-Boden bewegen und wohin Migranten wollen, das wissen wir aus der Vergangenheit. Das sind vor allem Länder mit einem gut ausgebauten Sozialsystem, wie etwa Österreich. Wir wollen nicht, dass die erfolgreiche Entwicklung der letzten Jahre gefährdet und letztendlich umgekehrt wird. Und das hätte ja nicht zuletzt auch finanzielle Auswirkungen auf das Burgenland. Wir hatten im Landesbudget für das Jahr 2014 weniger als 6 Millionen Euro für die Flüchtlingshilfe vorgesehen. In erster Linie geht es da um die Grundversorgung. 2015 waren es dann schon 11,6 Millionen Euro und den Höhepunkt haben wir 2016 erreicht mit fast 28 Millionen Euro, also eine Vervielfachung des Betrags, den wir vor 2015 hatten. Bis zum Vorjahr, also 2018, konnte die Landesregierung diese Ausgaben wiederum mehr als halbieren auf rund 13,3 Millionen Euro. Das ist noch immer mehr als das Doppelte der Ausgaben des Jahres 2014, aber schon deutlich weniger als die 28 Millionen Euro des Jahres 2016. Das ist einerseits ein Erfolg, den auch wir uns auf die Fahnen heften, andererseits wollen wir diese Entwicklung fortsetzen. Denn wenn es heute um das Pflegesystem geht, wenn es um den Mindestlohn geht, wenn es um die Kinderbetreuung geht, dann geht es da um sehr kostenintensive Projekte. Da geht es um Millionen und abgesehen von vielen anderen guten Gründen in diesem Bereich wollen wir genau diese Projekte nicht dadurch gefährden, dass die Europäische Union jetzt wieder dazu übergeht, durch ihr Handeln, durch ihre Ansätze in politischer Hinsicht, die Schleusen wieder zu öffnen und neuerlich 10 oder 100.000 Migranten nach Österreich zu locken. Es braucht ein Ende der organisierten Schlepperei im Mittelmeer. Was da stattfindet, ist nichts anderes. Nebenbei, der Herr Landeshauptmann Stellvertreter hat es ausgeführt, ist es genau jeder Zugang der Menschenleben letztendlich massiv gefährdet. Es braucht ein klares Bekenntnis zum Grundsatz bzw. zum Kern des Asylrechts, nämlich dass das kein Recht auf Einwanderung ist. Es braucht weiterhin einen strikten Vollzug der Gesetze in Österreich. Herbert Kickl hat das in seiner Zeit als Innenminister vorgemacht und damit ja ein ganz klares Signal gesetzt, auch in die Herkunftsländer. Und es braucht die entsprechenden sicherheitspolitischen Maßnahmen im eigenen Bereich, an unseren eigenen Grenzen. Der Herr Landeshauptmann Stellvertreter und auch der Herr Landeshauptmann haben sich ja letzte Woche dazu geäußert, was Grenzkontrollen und auch die Fortführung bzw. sogar den Ausbau des Assistenzeinsatzes angeht. Wir Freiheitlichen werden bei diesem Thema jedenfalls nicht lockerlassen, auf keiner Ebene und damit auch nicht im Burgenland. Untertitelung des ZDF für funk, 2017